Hallo, ich bin Nessi und ich bin gerade aktuell im Studio und arbeite an meiner ersten eigenen EP. Ich wollte schon immer Musik machen, seitdem ich denken kann, aber der Weg dahin ist leider oft länger, als man sich das wünscht. Ich habe vor einiger Zeit einen Werbespot für die Allianz gemacht. Vielleicht kennt den der ein oder andere von euch und der hat mir sehr, sehr viel gebracht, einen ganz großen Schub gegeben und dadurch sind auch die Jungs und Mädels vom Jazz Open in Stuttgart auf mich aufmerksam geworden. Und jetzt habe ich die ganz große Ehre, am 4. Juli auf dem Jazz Open vor Sass als Opening Act zu spielen. Ich bin total aufgeregt und ich freue mich total, dass ich die Möglichkeit habe, das zu machen. Und bis dahin werdet ihr noch einige kleine Videobotschaften von mir bekommen und wir sehen uns dann spätestens im Juli.